Hallo Leute, Ciao Volantra Ungar aus Italien und Coronavirus ist jetzt ein deutliches Problem geworden. Ich hatte schon eine Ausgabe über Coronavirus in dem Kanal und dort war ich noch positiv im Bezug zum Trading natürlich, wobei die Volatilität, die im Moment noch generiert wurde von diesem Corona-Crash, was noch in China begrenzt war, war normal. Es war eine saubere, kann man sagen, Volatilität und die Situation war noch unter Kontroll bis zum Trading. Jetzt ist aber Coronavirus in Europa, in den USA und auch häufig in Italien. In Italien selbst wäre das nicht ein echtes Problem. Das Problem ist die Angst, dass es jetzt einen Ausbruch in der ganzen Welt gibt. In Italien gab es mehrere Kontrollen und deswegen wurden auch mehrere Fälle entdeckt. Die große Frage ist, wie wäre die Situation, wenn ab morgen die Anzahl von Kontrollen, die man in Italien gemacht hat, auch in den USA zum Beispiel machen würde. Und das ist natürlich ein größeres Problem. Das bringt generelle Probleme, ich sollte nach New York fliegen, aber es gibt neue Regeln jeden Tag in den USA und zuletzt von Mittwochabend war, dass jetzt alle, die aus Italien kommen, sollen 14 Tage zu Hause bleiben, wenn sie in den USA ankommen. Das wäre ein bisschen kompliziert gewesen und da bin ich jetzt in Kontakt mit der Veranstaltung von Trading Expo, da werde ich vermutlich in remote etwas tun, weil es wäre blöd, zwölf Stunden fliegen und dann im Flughafen sitzen natürlich. Aber okay, das ist jetzt nicht unser Problem. Was mache ich jetzt? Was mache ich und was soll man besser tun? Meine Entscheidung hier, ich habe eine schlechte Woche erfahren, letzte Woche. Und erstmal, ich versuche immer auch von den schlechten Fällen einige neue Entdeckungen oder Vorteile zu finden. Und ich will dir sofort mal etwas zeigen, was generell ich mache, wenn etwas passiert und wenn eine Strategie einige Probleme hat, wie ich eventuell die Strategie untersuche. Das zeige ich aber erst, wenn du am Kanal abonnierst hast. Abonnieren ist natürlich gut, aber in jedem Fall bleibt dran. Ich zeige dir sofort, was ich gemacht hatte. Also Leute, das ist ein Performance Report von einem System, das ich live habe. Hier ist es nicht live natürlich, weil es eine Offline Software ist. Und dieses System funktioniert gut. Das ist die Equity Line. Bis auf einige kleinere Fälle hier, wo es nicht so brillant war, hat es aber gut geklappt. Und auch das Average Trade 140 und sogar noch knapp 100 auf der Short-Seite. Auf dem Mini-SMP, wo wir hier arbeiten, ist gut, sehr gut. Und das System habe ich schon seit langer Zeit in Arbeit und es hat immer gut geklappt. Bis auf den 28. Februar. Wann? Wegen diesem Coronavirus ist es verrückt geworden. Es hat gut angefangen mit einem Short-Trade und Long umgekehrt. Aber dann Stopp-Loss, Stopp-Loss. Dieser Long wurde sofort nach dem Short ausgestoppt. Dann nochmal Long eingestiegen. Stopp-Loss, Long-Stop, 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 Long-Stop. Und dann Ende des Tages endlich ein Short-Einstieg. Auch ausgestoppt. Das ist verrückt. Und wenn ich jetzt die Tagesergebnisse kontrolliere vom 28. Dann sieht man auch direkt, dass es eine Katastrophe war. Auch 27 ist die Nachtsession in Uwaza. Das ist auf Exchange Time. Aber das ist wirklich eine... Aber auch in den Tagen hier sieht man, dass es nicht so sauber war. Die Volatilität hat also eigentlich etwas getan. Aber was mir hier einfällt, ist, dass die Aktivität war eigentlich extrem. Man sieht hier in diesen letzten Tagen, dass es sehr viele Trades gab. Im Vergleich zu der Normalität, sagen wir. Und diese Trades waren alle Verluste in dem Fall. Also ich habe gedacht, kann ich etwas tun, damit ich so etwas vermeiden kann in der Zukunft? Wie wäre es gewesen, wenn ich die Trades einfach nicht zu häufig getan hätte? Hier habe ich eine Testversion hergestellt von dem Skript. Und das habe ich dann im Signal, habe ich ein Input addiert, habe ich als Max Entries begrenzt. Ich habe also eine Anzahl von maximalen Trades am Tag eingegeben. Und das habe ich optimiert. Die Optimierung hier ist nur zu studieren, wie es funktioniert hat. Wie die Ergebnisse gewesen wären. Ich suche nicht das Optimum. Ich suche etwas, wo ich verstehen kann, wie es funktioniert. Und das sind die Ergebnisse. Um immer so 180.000 ungefähr. Das Beste wäre das mit vier maximalen Entries. Aber das hier mit vier. Aber das ist alles ungefähr gleich. Bis auf das mit einem Einstieg nur. Das erste hier. Das verdient weniger. Okay. Aber es hat ein höheres Average Trade. Also im Schnitt sind die Trades besser. Also es ist fast 10% mehr als Average Trade. Statt 140 ungefähr 160. Also das bedeutet, dass die Trades, die ich so erhalten würde, besser wären. Fitter. Soll das also die Lösung sein? Soll ich zukünftig meine Strategie zu maximal einem Einstieg am Tag begrenzen? Das teste ich sofort. Wir müssen nur dieses 1 maximale Entries eingeben. Im Report. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Die Strategie ist ein bisschen konkret. Wir sind auf der richtigen Chart. Noch nicht da. Also jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt ist es da. Gut. Also was ist passiert? Hier. Verluste gibt es immer noch natürlich. Aber kleinere. 170 ungefähr. Das wussten wir schon. Äquitlinie sieht noch gut aus. Bis hier auf dem Platz hier, wo es nicht so gut aussieht. Aber was wir machen sollen, ist das zu vergleichen mit der ursprünglichen Ergebnisse. Hier nur ein Trade. Das wussten wir. Weil wir das jetzt begrenzt haben. Also nur ein Verluste. Wenn wir das jetzt mit dem anderen Report. Das Original Report vergleichen. Das ist hier. Dann kann man sofort sehen, ob es überall besser aussieht. Oder ob die beste Ergebnisse nur zufällig kommen. Das sind die zwei Reports. Also auf der linken Seite die aktuelle, ursprüngliche Version. Auf der rechten Seite die neue Version mit den Grenzen nach einem Einstieg nur am Tag. Also hier. Die Trades, wussten wir schon, sind besser. Ich meine sauber, stärker. Hier war 140. Aber der Average Trade jetzt ist 162. Und also das ist jetzt. Die neue Version ist besser vom Average Trade. Wenn wir aber maximaler Drawdown untersuchen. Dann sieht man, dass diese neue Version hat es nicht verbessert. Es ist sogar noch ein bisschen schlechter. Wir haben noch 14 Dollar statt 13 etwas. Und close to close 14 statt 12. Also es ist schlechter geworden. Nicht deutlich schlechter, aber nicht besser mindestens. Was wir vielleicht gewünscht hätten. Was noch zu beobachten wäre, ist, was in den unterschiedlichen Jahren passiert ist. Das machen wir sofort. Und hier sehen wir, dass eigentlich 2020 ist besser, weil wir schlechte Tage vermeiden könnten. Okay, 2019 wäre auch besser gewesen. Ein bisschen 13% mehr so ungefähr. Aber 2018 war ein trauriges Jahr, muss ich sagen. So 1700 Dollar statt 18.000. Also das ist nur 90% weniger. Und das ist nicht so gut. Und auch wenn wir runtergehen bis zu 2008, sieht man, dass wir hier die Hälfte verdient hätten. Und das bedeutet vermutlich, dass die Version mit mehreren Einstiegen in ein volatiles Jahr bis 2008 besser funktioniert hat. Rein, raus, rein, raus. Aber zuletzt, wenn man endlich im richtigen Trade war, dann hat es Geld verdient. Also das mit ein Trade maximal am Tag begeistert mich nicht besonders. Wir hätten diesen 28. Februar nicht so dramatisch erfahren. Aber es gab andere Jahre, wo die Situation nicht so gut sein würde. Und also, ich bin gezweifelt. Diese Analyse habe ich jetzt durchgeführt. Und das ist, was ich normalerweise mache, wenn etwas passiert. Ich habe nicht versucht, das Setup zu löschen. Ich habe nicht versucht, den Tag, also 28. Februar zu vermeiden mit irgendwelchen Filter. Das wäre Overfitting, das wäre ein bisschen tricky. Ich habe nur versucht zu sehen, mit einer unterschiedlichen Regel, wie es gewesen wäre. Was wir aber machen könnten, ist, wir haben jetzt auf 1 begrenzt. Aber wir könnten das auf 2 Eistige begrenzen. Die Situation ist ähnlich als Drawdown. Average Trade wird ein bisschen besser als heute, aber nicht besonders besser. Aber wäre das vielleicht eine mögliche Lösung oder eine mögliche Besserung zu unserem System. Das können wir jetzt sofort sehen. Das dauert hier auch immer noch natürlich, weil das System ein bisschen... Ah, jetzt ist die zweite Trade da. Okay, jetzt habt ihr zwei hier. Und? Wie wäre es gewesen? 2008 wäre jetzt gut, 20.000. Und auch 2018 wäre wieder gut. Nicht so gut wie bei der ursprünglichen Version, aber das ist akzeptabel. Also diese Version, die Equitlinien sieht gut aus. Diese Version mit zwei Trades maximal pro Tag wäre eine Möglichkeit. Und ich wäre neugierig, was du daran denkst. Und ob das eine Änderung, die du bei deinem System, wenn es so aussehen würde, auch anpassen würdest oder nicht. Wie gesagt, ich habe hier nicht gesucht, die Trade zu löschen, die Aktivität zu löschen. Das wäre übertrieben. Ich habe nur eine Regel gesucht, die mir eine Hilfe geben könnte in so eine dramatische Situation, wie wir hier erfahren haben. Okay, das war ein Beispiel. Das mache ich normalerweise. Normalerweise, wenn eine Strategie ein Problem hat, das war ein Problem, analysiere ich die Strategie und ich sehe, ob es eine Möglichkeit gibt, die Strategie zu verbessern. Das bedeutet nicht, dass ich die Parameter von der Strategie ändern will. Nein, das habe ich auch in der Vergangenheit gemacht. Aber ich habe dann gesehen, dass zukünftig die ursprüngliche Strategie normalerweise bessere Ergebnisse schafft als die neue Entwicklung. Also dieses Strategie-Tweaking, wie die Amerikaner sagen, mache ich nicht. In dem Fall, mein Beispiel war eine Änderung zum Konzept, eine zusätzliche Regel, die aber die Strategie selbst als Modell nicht stören würde. Also keine unterschiedlichen Setups, keine Änderungen zu den Filters von den technischen Setups. Nein, nur eine neue Regel, in dem Fall die Anzahl des Trades zu reduzieren. Und das war es also. Aber, das ist die Änderung, die ich jetzt vermutlich durchführen würde. Aber ich warte auch auf deine Kommentare, weil es interessant ist zu hören, was die anderen, die sich vielleicht auch im Markt befinden, machen würden. Was aber mit den anderen? Am Moment sind alle Strategien im Laufen, aber ich habe die ausgeschaltet. Die sind nicht aktiv in diesem Moment. Nach der letzten Woche, nach dieser Erfahrung, habe ich gesehen, dass die Strategien im Moment in so einer Volatilität nicht sauber arbeiten können. Und die beste Entscheidung wäre gewesen für mich, alles auszuschalten, bis die Situation wieder ein bisschen normal ist. Und am Moment, heute, es ist heute den 5. März, wenn ich das Video vorbereite, sind die Bewegungen schon sauberer geworden. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt wieder alles starten würde. Aber es kann auch sein, dass nächste Woche wieder alles startet. Das kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Ich werde das dann schätzen, wenn ich sehe, wie die Situation aussieht. Man muss aber auch klar sagen, falls die Situation in den USA schlimm wird, dann kann es natürlich sein, dass die Werte wieder verrückt werden. Echt verrückt. Man muss auch denken, es gibt viele Veranstaltungen, die jetzt die Events gecancelt haben in den USA. Facebook zum Beispiel und so weiter. Und das ist natürlich, was die Angst haben. Denkt ihr mal, was bei den Demokrats passiert, die jetzt diese Sammlungen machen mit Bernie Sanders, Joe Biden und so viele Leute alle zusammen. Nehmen wir an, ab morgen wäre das nicht mehr möglich. Ab morgen wäre das verboten. Und das wäre ein größeres Impakt auf die ganze Situation. Und das könnte auch passieren in der Zukunft. Man weiß nicht. Also ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass alles so schnell wie möglich und so sauber wie möglich erledigt wird. Dass man eine Lösung findet in der ganzen Welt, diese Situation unter Kontroll zu haben. Aber man muss ja denken, dass es kann sein, dass es schlimmer wird. Und die Amerikaner, das ist logisch, die kümmern sich über die Ökonomie in der Welt. Aber sowieso, wenn etwas im Land USA passiert. Und soweit, wenn es doch schlimmer wird, dann könnten wir noch höhere Volatilität erfahren. Und es wäre natürlich dann besser, aus dem Markt zu bleiben. Ich hatte auch nicht nur diese Strategien, die du kennst. Und Pim, Pum, 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 die im Beispiel war. Aber auch mein rotationales System auf den Aktien. Das wäre in jedem Fall im März flat, weil SPY, der ETF SPY, oder minus SPF 500, wenn du in jedem Fall steigst das System nicht ein. Also auch dort wäre und dort nach dem System alles flat. Nur zur Antwort, wenn jemand da neugierig wäre. Warum 190 Perioden nicht 200? Weil es besser funktioniert. Es ist nicht eine witzige Optimierung. Ich habe gesehen, dass in mehreren Fällen 190 Tage besser funktioniert als die klassischen 200. Aber es ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich meine, es macht keinen größeren Unterschied. Das kann ich ruhig sagen. Auf jeden Fall, das war's. Ich bin natürlich nicht aufgeregt. Ich muss ehrlich sagen, ich wohne in Italien. Die Situation, wo ich wohne, ist nicht schlimm. Absolut nicht hier. Aber im Norden ist es schlimm. Und ich habe natürlich Sorgen, dass es noch schlimmer sein kann. Und sowieso, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, dass alles so schnell wie möglich wieder unter Kontrollen ist. Das war's Leute. Du kannst auch mein E-Book erfolgreich zu laden, so geht es runterladen. Hier bei der TradingBetweiser.de Webseite. Es ist gratis. Hast du schon abonniert? Hoffe ich. Und das war's. Ich hoffe, bis nächstes Mal mit besseren Nachrichten. Ciao von Dr. Unger. Ciao aus Italien.